Moin, hier ist er, der Himmi. Meine GoPro Max ist da, die 360 Grad Kamera und ich habe heute ja im Vital mal ein paar kleine Aufnahmen gemacht und bin gespannt, was man nachher so mit der Quick App mit dem Footage anfangen kann. Wenn euch interessiert, was dabei rausgekommen ist, bleibt dran, gleich nach dem Intro geht's los. Ich werde euch ausnahmsweise heute mal gar nicht viel zutexten, sondern lasse euch mit den Bildern, ich spiele euch dann ein bisschen Musik darunter, mal alleine durchs Vital bis Waldbreitbach und von Waldbreitbach hoch 7 Morgen über Breitscheid nachher wieder zurück. Das ist eine tolle Strecke, habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.